Die IT Security Management & Technology Conference. Hier treffen sich Security-Verantwortliche, führende Lösungsanbieter und Experten. Die Stärke der Konferenz, ihr Praxisbezug. In Keynotes, Praxisbeispielen und Live-Demos teilen hochkarätige Speaker Highlights der IT-Security-Welt. Die alten Technologien haben abgedankt, sind nicht mehr tragfähig. Wir müssen heute prozessbezogen denken, um den Endanmännern zu helfen und der Paradigmenwechsel geht voran. Wir haben viele neue Anbieter im IT-Security-Markt. Die Zukunft wird sich definitiv in der Cloud abspielen und dementsprechend muss man seine Strategien dahin auslegen und hier kann man sich ganz wunderbar informieren, wie man das Thema angehen kann. IT Compliance und IT Security stehen bei Projekten ganz oben auf der Prioritätenliste. Verantwortliche und Technologie-Experten tauschen sich über ungenutzte Potenziale und Sicherheitstrends aus. Also es gibt sehr interessante Vorträge, es gibt einen guten Mix aus verschiedenen Bereichen, viele Security-Themen werden hier abgedeckt und gibt einen sehr guten Überblick mal in kurzer Zeit zu informieren über neue Trends. IT Security Management Konferenz ist typischerweise sehr hochkarätig besetzt, sowohl von den Ausstellern an sich als auch von den Kunden. Es ist eine gute Übersicht durch die große Vielfalt an verschiedenen Softwareherstellern und Sicherheitslösungsanbietern. Das heißt, man hat alle an einem Punkt und kann im Prinzip gleich vergleichen oder direkt Fragen stellen. Die Veranstaltung hier in Hanau ist von der Location, von der Erreichbarkeit sehr gut. Es ist ein hervorragendes Klima, es kommen sehr viele Informationen rüber. Die Teilnahme an der Veranstaltung finde ich extrem sinnvoll, eben weil man in der Lage ist, sich über fachliche Themen auszutauschen und eben auch Networking zu betreiben. Lernen Sie die neuesten IT-Sicherheitstrends und Technologien kennen auf der IT Security Management & Technology Conference 2018.